Die Bibel hat vorausgesagt, dass die Armeen der Nationen werden eines Tages kollektiv ausziehen an einem schicksalhaften Tag, um persönlich gegen Gott zu kämpfen im Tal der Entscheidung, wo sie alle umkommen werden. Und das ist das Schlagwort Armageddon. Die Bibel nimmt da Bezug zu in einigen Passagen. Ezekiel 39, der sogenannte Krieg zu Gog und Magog oder Sahaja 14, wo der Herr auf den Ölberg landet. Oder Jesaja 63, der Herr kommt von Osten aus Bosra her, um zu kämpfen. Parallele dazu ist Offenbarung 19, der Himmel geht auf, der Reiter gekleidet in Rot, sitzt auf dem weißen Pferd, die Schuhe kommen zum Krieg. Also längst vor Probezeit, es wird passieren. Aber es gibt einen anderen Fokus, den ich da sehe und der hat mich frappiert, fasziniert würde ich nicht sagen. In Angst und Schreckensätzen würde ich auch nicht so beschreiben, aber ich würde mal sagen in großer, großer Ehrfurcht gesetzt vor dem Schöpfer des Universums, den Gott Israels. Und das ist der Fokus, den ich hier sehe, den möchte ich gerne transportieren. Warum also Armageddon? Was passiert hier? Warum ist die Gesinnung so, dass die Menschen ausziehen, um persönlich gegen Gott zu kämpfen? Was hat dazu geführt? Vor 15 Jahren habe ich jemanden aus der Gemeinde damals mal eingeladen, um gemeinsam Abend zu essen. Und das Thema kam auf und der Mann fragte mich, warum ich dieses Thema anspreche, ob ich dann Angst hätte. Naja, Angst nicht, aber es hat mich längst beschäftigt, denn die Bibel sagt, es wird passieren und mir war klar, es wird passieren. Aber was führt dazu? Ich konnte es nicht sehen, wie diese Gesinnung jetzt aufkommen wird, wie Menschen alle jetzt ausrücken, um gegen Gott zu kämpfen. Jetzt in den letzten drei, vier Jahren sind gewichtige Dinge passiert, die mir das klare Verständnis geben, sehr wohl möglich, genauso wird es passieren. Und jetzt kann ich es nachvollziehen, ohne Wenn und Aber. Jetzt kann ich nachvollziehen, wenn ich morgen hören würde, in den Nachrichten, die Menschen haben sich gerade bereit gemacht, um gegen Gott zu kämpfen. Da würde ich mehr als vor 10, 15 Jahren sofort sagen können, verstehe. Ich habe nicht gerne über Offenbarung und Endzeit gesprochen, weil Menschen mögen Hype. Das ist auch, was ich sehe in Endzeit oder in Rückungsvideos oder Dinge über Auslegung der Prophetie. Ich kann es immer nicht lange ertragen, weil die Information ist mir oft ungenügend, habe mich auch wenig damit beschäftigt, weil da ist mehr Hype. Menschen sehen Antichrist und schreckliche Dinge und ein Horn und Diktatur und was wird passieren, alles, das kommt alles. Das ist ja klar, weil die Schrift es sagt. Aber es gibt einen anderen Fokus, nämlich die Macht des Schöpfers und wie alles, was er sagt, passiert und warum das passiert. Das ist mehr im Fokus als Antichrist etc. Es gibt eigentlich gar keine Macht des Antichristen, versuche ich immer wieder zu sagen. Wenn jemand das Volk Gottes wirklich liebt, soll er das Volk Gottes erzählen, was zu Armageddon überhaupt hier verstanden werden sollte. Das ist, was transportiert werden soll. Ich gebe ein Beispiel, um es einzuleiten. Eine erfolgreiche Firma, der Vorstand geht auf den Leiter der Buchhaltung zu und sagt, hör mal, wir haben uns eine PR-Maßnahme ausgedacht. Wir planen einen Showkampf und der beste Kämpfer der Welt wird dort sein. Du als Amateur sollst da gegen ihn auftreten. Natürlich hast du keine Chance, aber es wird eine riesengroße Werbemaßnahme sein. Wir hoffen uns da ganz viel Aufmerksamkeit dadurch und Verträge und Werbesponsorinnen und all dieses Ganze. Und du wirst natürlich daran beteiligt. Und du bekommst da einen besseren Dienstwagen, wirst da hochgestuft, bekommst da eine Erhöhung etc. Und der Mann unterbricht der Buchhalter und sagt, was soll ich da? Gegen den besten Kämpfer der Welt, wie lange soll ich überdauern? Und der Vorstand sagt, höchstwahrscheinlich wirst du nicht länger als eine Minute überdauern. Kassierst wahrscheinlich auch etliches an Pein und Schläge und Schmerz. Aber es wird es wert sein. Macht dir keine Gedanken. Der Mann wiederholt kein Interesse. Was nützt es ihm? Er ist verheiratet. Er hat Kinder, er hat eine Verantwortung. Was bringt ihn da die Erhöhung und Geld, wenn er da im Hospital liegt? Einige Wochen später, der Vorstand kommt nochmal und sagt, wir haben darüber nachgedacht. Wir haben das Etat erhöht. Die Interesse in der Bevölkerung ist sehr, sehr groß, sowas zu sehen. Denk nochmal darüber nach. Die Verträge werden so fixiert, du gehst mit einigen Millionen Euro da raus. Der Mann unterbricht wieder sofort. Es hat keinen Sinn, sagt er. Er will doch nicht sterben. Was soll er da? Eine schwere Verletzung sich zuziehen. Wer weiß, wie es ausgeht. Nein, ihr wollt auch, dass es echt aussieht. Ich habe kein Interesse. Der Mann glaubt aber nicht an Gott. Er lehnt Gott vehement ab. Ja, er ist freundlich zu seinen Nachbarn. Er lebt gut in der Gesellschaft. Er ist ein, so zu sehen, umgänglicher Mensch. Aber mit Gott hat er nichts zu tun. Vehement ist er gegen die Idee von Gott. Die Bibel sagt, dass alle Menschen werden eines Tages ausziehen, um gegen Gott zu kämpfen, persönlich im Tal der Entscheidung. Der Mann, der seinen Verstand klar einsetzen kann, nicht gegen einen anderen Mann zu kämpfen, der hoch trainiert ist, wird eines Tages ausziehen. Ob er genau, aber die Schrift sagt, dass die Nationen, die Welt wird es tun. Dieser Mann, der sonst so klar denken kann, zieht eines Tages aus, um persönlich gegen Gott zu kämpfen. Es macht gar keinen Sinn. Weil Gott ihn dahin gesteuert hat. Es kam nicht aus ihm. Das ist, was keinen Sinn machte. Die Frage ist, warum würde der Allmächtige Gott das tun? Menschen dahin bestellen? Können wir das überhaupt lesen? Schau mal hier, Joel Kapitel 3. Dann werde ich alle Nationen, Gott macht es, Gott sammelt sie zum Krieg. Dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Jehoshaphat hinabführen. Und ich werde da selbst mit ihnen rechnen über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Gott sammelt sie alle dahin, denn sie werden dort umkommen. Soll das Tal Jehoshaphat, um mal kurz die geografischen Begebenheiten zu beschreiben. Wenn du in der Bibel liest von das Tal Jehoshaphat oder das Tal Jezril oder Kidron-Schlucht oder Tal von Kidron. Es beschreibt ein Ereignis, wenn wir es zusammen puzzeln. Weil, wenn wir sagen, was hat das jetzt hier mit Armageddon zu tun? Armageddon heißt im Hebräischen einfach nur Ha-Berg-Megiddo. Und es gibt, ja, ein Berg, hier ist ungefähr die Abbildung, Megiddo im Ort Megiddo. Und das liegt oberhalb von Jerusalem, ist ein Knotenpunkt, ein historischer Knotenpunkt, der wichtig war, weil es war eine Route, die halt mehrere Nationen verbunden oder vernetzt hatte. Und dieser Knotenpunkt, darüber können Armeen jetzt hier sich sammeln. Und hier, wenn die Infanterie heranrücken würde, das wäre der geeigneteste Knotenpunkt, um da zu reisen, wenn es um Krieg geht. Meinetwegen jetzt alle wollen sich hier gegen Jerusalem hier verbünden, um jetzt hier zu kämpfen. So, das Tal Jehoshaphat direkt, okay, kommst du mit, also oberhalb von Jerusalem liegt hier Megiddo, das ist ja dieser Knotenpunkt. Und Armageddon, weil Har-Megiddo, wieso heißt es jetzt die Schlacht von Megiddo? Naja, wenn sie alle jetzt hier ins Tal wollen, Jehoshaphat, in das Tal Jehoshaphat, das Tal Jehoshaphat an sich, ich weiß nicht, ob ich das hier sehe, Tal Israel wollte ich jetzt nicht, Megiddo. Also, hier, Megiddo liegt ja oberhalb von Jerusalem, das Tal, haben wir gerade vorhin kurz zitiert, Zachariah 14, der Herr landet auf dem Ölberg, okay, vom Ölberg schaust du auf den Tempelberg und da ist eine Schlucht, ein Tal. Das ist das Tal von Jehoshaphat, Kidron, Schloss dadurch. Da wird er sie alle sammeln und das ist die Verbindung, dass sie kommen über diesen Knotenpunkt zum Berg Megiddo, das ist Armageddon und das Schlagwort Armageddon beschreibt einfach diesen Krieg, ist aber nur ein Krieg, okay, kommst du mit? So, Gott hat sie dahin bestellt, warum? Und das ist, was ich nicht verstehen konnte. Menschen ziehen aus, um gegen Gott zu kämpfen, nein, nein, Gott hat sie dahin bestellt, denn dort werden sie umkommen. Er kämpft gegen sie, weil sie sind gegen ihn, okay, die haben ihre Feindseligkeit jetzt lange bewiesen und sie werden gegen ihn gehen. Und wir schlagen eine Brücke, zu was passierte, als Mosche, die Kinder Israels, sicher, okay, durch diese zwei Wellen oder das Meer hat sich geteilt, zu einem Wall sozusagen. Und jetzt geht das Volk da durch, wie durch eine Schlucht. Denkt dran, er zieht sie ins Tal Jehoshaphat, ist eine Schlucht, prophetisch, würde ich hier eins zu eins sagen, anders verstehe ich das nicht. Und das Volk Israel kommt sicher da durch. Jetzt, der Pharao kommt dort um. Wie kommt der Pharao dort um? Was hat ihn bewegt, jetzt dort gegen Israel zu kämpfen? Denn dort wird er ja gegen Gott kämpfen. Kennst du die Geschichte, okay? Denn die Wolke, die Feuersäule geht ja vor und dann als Ägypten nachrückt, zieht die Säule von Israel weg und konfrontiert den Pharao. Das heißt, im Endkampf, in dieser Passage, bei diesem Ereignis, kämpft die Macht von Ägypten gegen Gott selbst. Wie kommt es dazu, dass der Pharao, tollkühn, so wie er jetzt war, wo seine Diener ihn schon gewarnt haben? 2. Mose 10 Das weißt du nicht, dass Ägypten schon zerstört ist, du sitzt immer noch auf dem Thron. Wie kam es dazu, dass er so verhärtet wurde und dass er dort mit der ganzen Heeresmacht umkommt? Was haben wir gelesen im Buch Joel? Dann werde ich alle Nationen versammeln, Gott tut es. Schau mal, was hier beim Pharao das Wort ist. Und ich will das Herz des Pharao verhärten, Gott macht es, dass er ihnen nachjage. Gott will es so. Er soll dort umkommen, komplett dort in dieser Schlucht oder im Meer. Und ich will mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht. Okay, die Heeresmacht kommt jetzt hier um und die Ägypter sollen erkennen, dass ich Jehova bin und die Taten also. Genau so ist passiert. Gott hat sie dahin bestellt. Aber was war die Vorgeschichte? Du gehst an dem Tag vorbei und siehst, die ganze Armee kommt um. Wie kam es dazu? Was für einen Zorn und Hass hat Gott, um sie alle dort zu vernichten? Was haben sie gegen ihn getan? Die Geschichte eröffnet sich natürlich, da fängst du an, Zodermose 5. Okay, Mosche fängt an, brennender Dornbuchstab, da kannst du lesen, wenn du es noch nicht kennst, Zodermose 3. Und jetzt hier, der Mosche geht hin, um den Pharao zu befragen, dass er, oder zu fordern, dass er Israel freilassen soll. Gott hat den Auftrag gegeben. Gott hat von vornherein gesagt, Pharao wird nicht hören. Pharao ist ein Typus für den Satan und er hält die Kinder Gottes fest in seiner Festung. Ja? Er wird sie nicht ziehen lassen. Als er das Volk ziehen lassen soll, hat der Pharao etwas gesagt. Ich habe mehrmals diese Stelle immer im Urtext nachgelesen, denn das muss man sich erstmal hier vor Augen führen. Mosche sagt zum Pharao, lass das Volk ziehen und Pharao sagt etwas. Er sagt, wer ist denn Gott, dass ich auf ihn hören soll? Das kennen wir. Aber immer wieder habe ich das im Urtext nachgelesen, denn es ist sogar schwer vorzulesen. Im Urtext war Yomer Paro und sprach Pharao. Und jetzt spricht er den Bundesnamen aus, den spricht er aus. Er sagt nicht Gott, er sagt noch nicht mal Gott der Herrscher oder der israelitische Gott. Er spricht den persönlichen Bundesnamen aus in diesem Diskurs. Ist ein Wahnsinn. Aber so sind Menschen unterwegs. Das führt zu Armageddon. Es ist nicht ein Aufbau, der innerhalb zwei Minuten oder zwei Tage, aber das ist der Aufbau. Der ganze Prozess mit dem Pharao ging ja auch einige Monate und dann kam es zu diesem Ereignis. Also der Pharao sagt, Dann spricht er den Bundesnamen aus. Ich schicke Israel nicht weg. Ich kenne Gott nicht, spricht aber den Bundesnamen. Ich habe es immer wieder im Urtext nachgelesen. Unfassbar. Deswegen, in den Psalmen steht drin, Küsst den Sohn, ehe er ein wenig zornt. Denn wenn der Schöpfer es ausspricht, weil Pharao ist ja ein Bild für die Schlange. 1. Mose 3, er sagt zu der Schlange, Verflucht seist du über alle Tiere des Feldes. Auf deinen Bauch wirst du kriechen. Was war der Fluch? Du wirst nach deinen Gelüsten gehen. Nach deinen Willen wirst du gehen. Ist der Fluch. Dein Wille war es aber, gegen Gott zu rebellieren. In diesem Fluch bist du gefangen. Du kommst da nie raus. Du wirst gegen mich rebellieren, bis du umkommst. Das ist der Todesausspruch. Diesen Fluch bekommt der Kain auch. Jetzt liest du aber von dem Kain, du siehst vielleicht nur den Kain im Garten. Sieht eigentlich aus wie ein umgänglicher Mann, wirst du sagen. Es sind keine Hörner, die da rausgesprossen sind. Oder er hat keine Klauen oder scharfe Zähne. Er geht mit seinen Kindern vielleicht sogar gut um. Und er grüßt auch. Und er bestellt das Haus. Und er hat eine Frau. Aber er ist verflucht. Jetzt liest du, warum ist der Mann verflucht? Wieso kommt er nicht mehr zu Gott? Dann siehst du, was er getan hatte. Wie rebellisch er war gegen Gott. Es gibt aber nicht nur ein Kain. Nicht alle Menschen auf der Erde waren in der gleichen Position, dass sie ein Minchah suchen sollten, um es zu opfern. Nicht alle Menschen auf der Erde haben das ausgesprochen wie der Pharao und haben gesagt, wer ist jetzt hier Gott, dass ich Israel schicken soll. Aber es gibt mehrere Kains und mehrere Antichristen in den Menschenkindern, die so unterwegs sind. Und eines Tages führt es dazu, dass sie hier landen. Eines Tages landen sie dann hier im Tal. Du siehst nur eine Horde von Menschen. Aber wie damals zu Zeiten von Ägypten, weißt du, was die Geschichte war. Alle haben gegen Gott rebelliert. Und das sagt dir das Buch der Offenbarung. Der Fokus hier, den wir haben sollten, ist ein anderer. Nummer 1. Die Allmacht Gottes küsst den Sohn, ehe er nur ein wenig zornet. Weil wenn der Herr es ausgesprochen hat, er muss jetzt gar keine langen Sachen neu schaffen. Er spricht es aus und das war es gewesen. Sein Wort ist fix. Küsst den Sohn, ehe er nur ein wenig zornet. Weil ehe man irgendwas Unvorsichtiges sagt, wie Gott bewahre so einen Ausspruch. Oder man hat da zu sehr rebelliert. Und man verharrte zu lange in der Sünde. Und wieder Gott geprüft und Gott geprüft. Und Gott spricht es aus wie bei Israel. Und ihr werdet in dieser Wüste sterben. Das war es gewesen. Selbst Mosche, keiner konnte es mehr umwenden. Küsst den Sohn, ehe er ein wenig zornet. Wird mal ein Gespräch gehabt mit Geschwistern. Und dann haben wir gesagt, dann scheint es ja so, gelobt sei Gott, dass, wenn wir noch sitzen können und wir sind noch so klar bei Verstand, dass wir aus der Schrift lesen können, was der Herr will, und wir machen uns Gedanken drüber, ins Gebet zu gehen, um ihm zu gefallen. Und wir fragen noch um den Zustand unserer Seele. Denn scheint er mit uns zufrieden zu sein. Er gibt uns Gnade. Ich würde nicht mal sagen zufrieden, aber er gibt uns Gnade. So viel können wir vielleicht schon mal sagen. Gnade gibt er uns. Denn wenn keine Gnade da wäre, dann wäre man ja in so einem Zustand, dass man gar nicht empfänglich ist. Und das hat sich gezeigt in den letzten Jahren, wie unerreichbar bewusst Menschen eigentlich sind oder geworden sind. Irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht im Detail, welchen Prozess Gott immer da wählt. Aber irgendwann ist Schluss, dass jemand noch zu Buße findet. Nur ich weiß nicht wann. Deswegen gehen wir mit Bedacht vor. Wir predigen das Evangelium. Wir versuchen, alle Menschen zu erreichen. bis jemand persönlich sagt, er will nichts von Gott wissen. Er will nichts mehr hören. Er hat sich entschieden. Gut, dann kann ich erstmal ablassen. Ich kann vielleicht weiterhin beten. Aber da brauche ich erstmal nicht mehr weitermachen. Ist das schon der finale Zustand? Ich weiß es nicht. Aber am Ende, wenn Armageddon passiert, und ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, aus heutiger Sicht, unter welchem Vorwand die Menschen alle dort ausgerückt sind, um im Tal gegen Gott zu kämpfen, okay? So wie ich es auch nicht verstehen konnte, vor Jahren, diese ganzen Filme, die du siehst, über irgendwelche Außerirdischen, auch gerade kursiert das wieder. Ich weiß nicht, warum Menschen sich mit sowas beschäftigen. Es ist doch ganz klar, dass der Antichrist oder diese ganzen Geister, die sind gesetzt worden für dieses Ziel. Es gibt gar keinen Krieg. Ja, der Krieg ist Vorpufferzeit, Ezekiel 39. Sieben Monate wird es brauchen, um die Leichen zu bergen. So groß wird die Schlacht sein. Aber der Kampf ist im Nu vorbei. Gott rächt sich dort gerade. Ja, an dem Tag. Und keiner kann es aufhalten. Es wird passieren. Nur, jetzt kommt es, wir werden höchstwahrscheinlich nicht da sein, weil wir entweder schon getötet wurden oder wir haben es geschafft, durch die Gnade Gottes uns irgendwo zu verstecken für die Dauer der Drangsal, bis er wiederkommt. Die meisten von uns werden es nach der Bibel kaum erleben. Deswegen die Botschaft hier ist, hör auf mit dem Flirten, mit der Sünde, hör auf hier und dort Ausreden und Auswege zu suchen, hör auf dich auf Nichtigkeiten, irgendwelche Ziele, die du noch erreichen möchtest, sondern seh zu, dass dein Haus mit Gott in Ordnung ist. Denn dieser Zustand, dass Menschen nicht mehr erreicht werden können, ist der Zustand wie bei Kain, dass er nichts mehr kann, obwohl er noch lebt und noch Gemüse pflanzt im Garten. Und der Zustand von einem Pharao, der monatelang auf dem Thron sitzt, herrscht über ein vollkommen zerstörtes Ägypten und er sieht es immer noch nicht. Aber Gott war noch längst nicht fertig. Er hat es gewagt, diesen Ausspruch zu machen, er kennt Gott nicht. Die Ägypter waren groß in Historie. Die Historie ist, dass Ägypten sehr wohl wusste, warum die Hebräer da waren. Ägypten wusste sehr wohl, dass Josef sogar als Safnat Panea, sprich Retter der Welt, deklariert wurde, weil er die Träume deutete, um Ägypten und der Welt zu retten durch das Sammel von Korn. Jetzt Jahre später, er dreist sich der Pharao, um gegen diesen Gott zu gehen, spricht den Bundesnamen aus und Gott sagt, ich bin mit dir noch gar nicht fertig. Er sitzt auf dem Thron, die Nation ist vollkommen ruiniert, es kommt noch Tod, die Erstgeburt, die Dunkelheit und zum Schluss sogar, dass ihr alle umkommen werdet. So ist die Rache Gottes fürchterlich. Was für eine Macht. Verflucht sagt er zu keinem, das war es gewesen. Der Mann rennt noch durch die Gegend, pflückt noch Sachen aus dem Garten, aus dem Baum. Er kann nicht mehr zu Gott. Mengen von Menschen, die nicht mehr zu Gott können, weil Gott gesagt hat, das war es gewesen. Aber du weißt nicht, was passiert ist in den Leben der Menschen. Du siehst nur den Ausmaß mehr und mehr, so wie die Tage jetzt voranschreiten. Du siehst, Menschen sind unterwegs, die sind nicht mehr erreichbar. Hat Gott schon irgendwas gesagt? Hat Gott schon gesagt, er will nicht mehr? Du weißt es nicht, aber du weißt, dieser Zustand, der existiert, hilf dir deine Zeit gut einzuteilen, wie viel investierst du für gewisse Freundschaften oder gewisse Kameradschaften oder das Evangelium. Nutze es für die, die es brauchen, die hören. Nutze es, dass dein Haus in Ordnung gebracht wird. Nutze es, um Seelen zu retten. Nutze es, weil es aber dieser Tag passiert. Kommst du mit? Warum also Armageddon? Weil Gott es beschlossen hat. Gott bestellt sie dorthin. Das ist viel mehr im Fokus für mich, als dass Menschen über den Antichrist sprechen. Okay? Der Zorn Gottes, der zu einem Menschen sagen kann, das war es gewesen. Und eines Tages stehen sie auf, klaren Verstand, nein, gegen einen solchen kann ich nicht kämpfen, aber gegen Gott ja, da gehe ich kämpfen. Macht keinen Sinn. Gott übt da Rache aus und die kommen und kämpfen gegen ihn. Wird passieren. So, damit schließe ich, ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr lesen, aber ich will es kompakt halten. Nämlich, dass die Gläubigen werden gar nicht mehr da sein. Die Welt hat sich so verhärtet, dass sie zugestimmt hat, denn die haben ja den Tier zugejubelt. Nochmal. Okay? Es gibt keine Entrückung. Ich habe meinen Namen und Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, schon mehrfach gegeben. Mit jedem Pastor der Welt, vor einer Kamera, vor der Gemeinde. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo steht, dass du wirst entrückt, bevor die Drangsal losgeht. Okay? Sondern, die Gemeinde sollte sich darauf vorbereiten, wir werden diese Zeit gar nicht überdauern. Höchstwahrscheinlich. Die meisten von uns. Wer? Ich weiß es nicht, das was die Bibel sagt. Aber die Zuversicht, wenn wir uns vorbereitet haben, hör auf mit der Sünde zu spielen, hör auf da Ausflüchte, hör auf da nicht seriös zu sein, bring dein Haus in Ordnung, ehe der Sohn nur ein bisschen zornt. Habe Ehrfurcht. Nochmal, Armageddon Antichrist ist überhaupt gar nicht mein Fokus. Mein Fokus ist, wieso gehen die Menschen dahin? Und jetzt wird es klar, Gott hat gesagt, kommt. Es sieht aber so aus, dass sie rebellieren. Die tun es ja auch. Die schmieden Pläne, um gegen Gott zu kämpfen, aber Gott hat sie dahin bestellt. Kann das, was ich transportieren möchte, kommt das rüber? Das ist bei mir höher im Fokus als alles andere. Furcht vor Gott zu haben, wie mächtig er ist, wenn er genug hat. Offenbarung 13, das Mahlzeichen. Ich lese nicht alles vor, aber die Welt betet das Tier an, okay, und es gibt alle Vollmacht des ersten Tieres, Offenbarung 13, 12, aus, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und sie preisen das Tier. Wer kann mit ihnen Krieg führen? Du kennst sie stellen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleiden, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das heißt, bevor Armageddon passiert, wurde das Mahlzeichen implementiert. Alle, die gesagt haben, nein, wurden getötet, die man fassen konnte. Nur Jeschua weiß, wer überlebt. Aber die meisten Gläubigen werden getötet, bevor es losgeht. Das ist Kapitel 13. Jetzt 16, erfüllt sich das, was in den Propheten schon längst beschrieben wurde. Diese Lügengeister, die Gott ja zugelassen hat für dieses Ziel, okay, die Lügengeister machen hier folgendes. Es steht drin, Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes. Das ist eigentlich der Punkt des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, das ist, was ich gesagt habe, wer wacht und seine Kleider bewahrt, fokussiere dich darauf, hör bitte auf für dein Leben mit diesem ganzen Antichrist, Antichrist, Horn, Daniel, wenn der Fokus ist, die Menschen zu wahren, ja, aber es muss auch irgendwann mal sitzen, dass du sollst dein Haus vorbereiten und Buße tun, okay? Und das ist der Fokus in diesem Ganzen, das Armageddon soll uns zu Buße bringen, dass wir hier jetzt rechtzeitig bis es losgeht. Denk nochmal dran, Offenbarung 13 sagt, das Mahlzeichen wird verabreicht, das heißt, die Menschen sind schon in einem Zustand vollkommen verhärtet gegen Gott, die Gläubigen werden die meisten davon getötet, okay? Dann haben wir einen Zustand mit nur verhärteten Menschen, jetzt ziehen sie aus, weil Gott sie dahin bestellt hat, um zu kämpfen, wir lesen es nochmal, siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht, das sagen wir die ganze Zeit und man seine Schande sieht und jetzt Vers 16 und er versammelt sie und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt, okay, das ist der Aufbau, kommst du mit? Wie bei Pharao in Ägypten, Plage, Warnungen, Unwetter, Gewitter, Dürre, Inflation, Dinge, die wir jetzt schon gesehen haben, die passieren alle, die Menschen, die tun es schlimmer als vorher, es ist schlimmer als vorher, Gesinnung verhärtet sich mehr und mehr, die hören nicht, Gott gibt Chancen, Gott schickt das Evangelium, er schickt seine Evangelisten, seine Lehrer, seine Pastoren, die Menschen hören nicht, dann gibt es das Mahlzeichen, die töten diese sogar, Schluss, dann werden sie bestellt in dieses Tal, Tal der Entscheidung und dort wird Gott, wie es hier steht, mit ihnen rechten, wegen dieser Sache und das war es gewesen und dann wird der Herr seine Reiche aufstellen. Warum Armageddon wegen diesem Zustand nicht Antichrist, nicht Angst haben, nicht Horn, schau auf Gott, er ist es, der es macht, er spricht es aus und Menschen rücken raus, um gegen ihn zu kämpfen und das wird das Los sein für alle, die ihn jetzt ablehnen. Kommst du mit? Es gibt nur eins von den beiden Sachen, entweder du räumst dein Haus auf, okay, leidest das, was du leiden musst, was wir leiden müssen, bevor es losgeht, aber mach dich drauf gefasst, danach bekommst du viel, viel Lohn, das ewige Leben jetzt ganz zu schweigen, das ist ja schon Lohn an sich, darüber hinaus, das ewige Leben, kriegst du sowieso, Gott spricht von viel, viel Belohnung, halte du nur durch, das ist der einzige Fokus über Armageddon, den ich eigentlich predigen würde, okay, nochmal, deswegen, in den letzten Jahren habe ich ungerne über Dinge aus der Endzeit oder auf dem Baum gepredigt, weil Menschen mögen Hype, aber es lenkt ab, für was sie eigentlich wissen sollen. Bis heute, Menschen werden eher fragen, Horn, Cherub, was ist mit Daniel 8, was ist mit der Ziege, was ist mit dem Widder, was ist hier mit dem Tier aus dem Meer, Ja, kannst du, Fokus ist hier der allmächtige Gott, der Menschen dahin bestellt und alle müssen kommen, wissen gar nicht, was sie tun, hingesteuert, das ist was ich unter Armageddon mehr verstehe, ich hoffe, es war mir möglich, es zu transportieren, räume dein Haus auf, im Namen des Herrn, dass du würdig gefunden wirst, wenn er wiederkommt, es ist fest prophezeit, es wird passieren, hoffe, das Video konnte dir helfen, wenn du es mochtest, teile es gerne, du kannst den Kanal auch gerne abonnieren und die Arbeit, die ich hier mache, wenn du sie unterstützen möchtest, es ist möglich, durch die Kraft Gottes und die Zuschauer, die es unterstützen, die Infovideos machen kannst, die findest du in der Beschreibung von diesem Video, bis zum nächsten Mal, Friede sei mit dir.